Am Sonntagnachmittag zeigten die Spieler des 1. FC Köln und ihre Fans eine besonders enge Beziehung. Schon vor dem Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach marschierten die Spieler zusammen zur Südtribüne, um extra Motivation durch die Gesänge ihrer Fans zu erhalten. Nach 90 torlosen Minuten versammelten sie sich erneut im Süden des Müngersdorfer Stadions, um von ihren Fans symbolisch umarmt zu werden. Der Gesang des Fiedellieds auf den Rängen drückte die Bindung des Teams aus, die sie mit einer leidenschaftlichen Leistung verdient hatten. In diesem Spiel hatte nur ein Team hart gekämpft und es war nicht das Team, das nach dem Spiel zu seinen Fans ging und Pfiffe erhielt. Der Trainer des 1. FC Köln, Steffen Baumgart, gab zu, dass der Rasen rutschig und nicht in gutem Zustand war, aber seine Spieler rutschten nicht so viel wie ihre Rivalen von Borussia Mönchengladbach. Baumgart erklärte, dass sein Team ein verdienter Sieger gewesen wäre, aber da sie nicht gewonnen haben, mussten sie zumindest auf ein Unentschieden abziehen. Für den 1. FC Köln war es nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen das erste Heimpunkt. Einige Spieler des Teams wie Verteidiger Jeff Chabot und Mittelfeldspieler Eric Martel sahen es jedoch als zwei verlorene Punkte. Vor Spielbeginn hatten die Gladbach-Fans durch das Abrennen von Bengalows für eine leichte Verzögerung gesorgt, was auf dem Platz eine rauchige Atmosphäre schuf. Linton Meiner fing einen fehlgeleiteten Pass von Gladbachs K.O. Itakura ab und spielte ihn zu De Wieselke, aber Gladbachs Torwart Jonas Omlin machte eine tolle Parade, zwei. Der FC Köln spielte eine sehr entschlossene Eröffnungsphase, suchte und gewann viele Duelle. Sie kontrollierten weiterhin das Spiel, waren jedoch glücklich, dass Schiedsrichter Felix 2. Gladbach nach einem Foul von Timo Hübers an Florian Neuhaus keinen Elfmeter zusprach, 15. Die Gastgeber hielten die Gäste mit ihrem Pressingspiel in Schach und einige ihrer Chancen wurden von Omlinsparaden vereitelt. In der Zwischenzeit schien Gladbach lethargisch und mangelte es an Intensität. Zur Halbzeitpause war das Torlose unentschieden für Gladbach günstig, obwohl sie nicht das bessere Team waren. Köln verdiente ein Tor und vielleicht sogar einen Sieg, aber ihnen fehlte der letzte Schliff. Baumgart lobte die Anstrengungen seines Teams, kritisierte aber ihre mangelnde Gier und ihr Pech im Abschluss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020